Hallo, hier ist wieder euer Toni. Gestern habe ich den Grundstein für meinen neuen Lifestyle- und Reiseblog gelegt. Abends hatte ich dann das Vergnügen, zusammen mit meiner Frau im Restaurant Lessing am Rande der Altstadt von Regensburg zu speisen. Auf der Internetseite wird man mit folgenden Zeilen begrüßt. Gutes Essen gehört sicher zu den schönsten und leidenschaftlichsten Seiten des Lebens. Für ein Restaurant heißt dies, seine Gäste mit einem Geschmackserlebnis zu verwöhnen und vorzugsweise in einem außergewöhnlichen Ambiente zu bedienen. Und das ist dem Lessing auch gelungen. Das Ambiente hat einen leicht großstädtischen Flair und wird natürlich im Moment durch die weihnachtliche Stimmung extrem positiv abgerundet. Das Essen selbst, wir hatten das Vier-Gänge-Menü gebucht, war sehr, sehr abwechslungsreich und raffiniert zugleich. Der Service war professionell und zurückhaltend. Eventuell sollte man nochmal Gläser und Besteck ein bisschen besser polieren. Ansonsten hat uns alles hervorragend gefallen und die Speisen waren von super Qualität. Ich kann also den Besuch im Restaurant Lessing am Rande der Altstadt von Regensburg nur empfehlen. Nun folgen die Bilder von unserem wunderbaren Abend und am Ende dann die Bewertung in Form von Punkten. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Toni. 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 it made a sound it made a sound yes, it made a sound it made a sound Untertitelung des ZDF, 2020